Ja, und wenn du deine Position einnimmst, achte darauf, dass deine Wirbelsäule, wenn du nicht liegst, dass sie aufgerichtet ist und du dir dabei hilfst, dass sie wie ein Lot sich einpendelt. Das ist ein Zusammenspiel deiner Rücken- und Nackenmuskel aus energievoll und entspannt. Und wenn wir ankommen, können wir uns immer wieder dabei unterstützen, indem wir mit unserer Aufmerksamkeit zu unserem Atem kommen. Und beobachte, wie dein Atem in dich einströmt und wieder aus dir heraus. Ohne dass du irgendetwas dafür tun musst. Beobachte, wie mit der Einatmung sich deine Schultern heben und dein Brustbein sich hebt. Und mit der Ausatmung wieder sinken. Nimm wahr, wie du mit deiner Einatmung etwas tiefer in deine Kissen sinkst oder sich der Druck gegen deine Unterlage sich erhöht. Und mit der Ausatmung wieder weniger wird. Einfach nur beobachten. Beobachten, wie es dich atmet. Einatmen. Ausatmen. 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 Folge deinem Atem durch deinen Körper. Wie sich die Atemwelle fortsetzt bei der Einatmung von Brustbein, Bauch bis hinab in deine Fußspitzen und bis in deine Zehen hinein. Mit der Einatmung kannst du wahrnehmen, wie der Druck sich ganz langsam erhöht, um mit der Ausatmung wieder abzunehmen. Wie sich die Füße ganz leicht etwas mehr gegen den Boden pressen oder gegen den Rand deiner Schuhe. Mit der Einatmung und mit der Ausatmung wieder abzunehmen. Immer wieder können wir unsere Aufmerksamkeit zurückführen zu unserem Atem, um bei sich zu bleiben. Um anzukommen. Um sich selbst zu finden und sich zu verankern. Einatmen. Ausatmen. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Ausatmen. Nimm auch den leichten Lufthauch an deinen Nasenflügeln wahr. Bei der Einatmung und bei der Ausatmung. Schau, wie dich das Leben nähert. Und wie du das Leben mit der Ausatmung wieder zurückgibst. Es atmet dich dieses göttliche Geschenk. Für das du nichts mehr beweisen musst. Du bist genug. Einatmen. Ausatmen. Um bei sich zu bleiben. Einatmen. Ausatmen. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Und auch wenn du jetzt eine andere Stimme hörst. Meine Stimme. Ich bin Ian. Kannst du ganz bei dir bleiben. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte, wie der Atem in dich einströmt und ausströmt. Wie deine Bauchdecke sich hebt und senkt. Und du bist ganz bei dir. Und du bist ganz bei dir. Und wenn Gedanken kommen, lass sie kommen und gehen. Und du fühlst, wie der Atem in dich einströmt und ausströmt. Ein und aus. Und du bist ganz bei dir. Einatmen. Einatmen. Ausatmen. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Und auch wenn du jetzt meine Stimme hörst von mir, Kerstin, kannst du weiterhin ganz bei dir bleiben. Und mit deiner Aufmerksamkeit. Und mit deiner Aufmerksamkeit weiter deinem Atem folgen. Das Einatmen. Und das Ausatmen. Und das Ausatmen. Und dabei kannst du wahrnehmen, wie dein Atem bei der Einatmung in dich einströmt. Und mit der Ausatmen. Und mit der Ausatmung ganz aus dir heraus. Nimm dabei auch den leichten Lufthau an deinen Nasenflügeln wahr. Bei der Einatmung sowie auch bei der Ausatmung. Einatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. und ausatmen. zu dir finden. Ausatmen. Um in die Welt zu gehen. Ganz aufmerksam folge ich diesen einem Atemzug. Und wenn du jetzt meine Stimme hörst, kann es sein, dass du dabei wieder an deine technischen Hürden oder vielleicht an deine nächste Steuererklärung erinnert wurdest. Ich bin Philipp und auch mit mir kannst du erfahren, wie du deine Aufmerksamkeit jederzeit wieder ganz auf deinen Atem richten kannst, um ganz bei dir zu bleiben. Erlebe, wie dein Bauch mit der Einatmung sich leicht nach vorne wölbt und mit der Ausatmung zurückkehrt. Wie du mit der Einatmung noch etwas tiefer in dein Kissen sinkst, der Druck gegen deine Unterlage zunimmt und mit der Ausatmung wieder abnimmt. Einatmen, ausatmen. Deinen Takt, dein Rhythmus, dein Tempo finden. Deinen Weg gehen und ganz du selbst sein. Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam beobachte ich diesen einen Atemzug. Danke schön. Danke euch. Oha, war das cool. War das cool. Danke euch. Das war ja so mega. Das war so mega. Das war zum Thema so passend, weil man ja echt kurz irritiert ist. Der Hammer. Unglaublich. Der Hammer. Ich habe es fast noch nie gehört. War genial. Wir haben das auch so großartig. Es war wirklich Premiere. Also wir haben nur Theorie gesprochen. Das war absolut Premiere. Und...